Herzlich Willkommen zurück, Leute. Neue Session GTA mit Flock an und Judy Kapuze, Kundran ist nicht dabei, Maru, McFly, Nils, Payne und Alex. Hallo! Warum ist der Kundran nicht dabei? Das darf man ruhig mal dazusagen, dass der nicht dabei ist. Hat keinen Bock auf Flock gehabt, hat er gesagt. Die nächsten drei Folgen werden also schlecht. Könnt ihr in ein paar Wochen wiederkommen. Also der Kampf wird's hinten platzen, der Sieger ist vom Zehnten. Warum fährt mit dem Auto so langsam? Weil du keinen Windschatten hast. Warum bin ich letzter? Jetzt bin ich letzter. Alter, was haben die denn alle von hinten so in ihr Affen? Die Straßenlaterne war halt verstabil, als ich gedacht hab. Das ist richtig Affengeil heute. Oh, Juli! Nach links, McFly! Okay, Payne will Stress heute, hab ich gemerkt. McFly? Du wirst mich zweimal rausgehauen, ja? Fangt man nicht mit der schlechten Stimmung an hier schon im ersten Reine. Haben die die... Fangt man nicht mit der schlechten Stimmung an, ey. Fangt man nicht mit der schlechten Stimmung an, ey. Fangt man nicht mit der schlechten Stimmung an, ey. Die schlechte Stimmung. Tag, die schlechte Stimmung. Die schlechte Stimmung, ey. Das rief bei dir immer, wenn ich nicht sehe, ey. Ich hab die Proseccion-Grüne Flocke. Jetzt haben es hier keinen Verkehr. Alex steht auf der Abschlussliste. Das ist klar, man, Neil. Hier steht alles schon auf. Was? Alex steht auf der Kampfliste. Sagt der, der mich grad gedreht hat, ey. Du hast mich... Ich hab die doch nicht gedreht. Davor am Start. Maxi, nach rechts. Ich hab dich gar nicht gedreht. Ich hab dich gar nicht gedreht. Das war geradeaus, dann. Wir müssen die beiden da vorne erst noch holen, sonst bringt das nix. Ich mach dir nicht schon rum mit meinem Heck. Ich mach dir nicht schon rum mit meinem Heck. Wer ist denn das da? Wir machen da vorne Stress hier. Aber vorne. Oh, Maxi. Voller Stress gebürstet. Jetzt bin ich. Achso. Bremsen. Oh, dreh mich. Autsch. Das kommt mit einer, ich glaube ich. Oh, ne. Jetzt hat mich gerammt. Aua, what the fuck. Ich hab ne Schramme vor rechts. Ja, ich auch. Das war's bestimmt. Ich glaub, mein Auto gibt kein Gas mehr. Ich glaub, dein Auto ist kaputt. Mein Auge juckt. Fuck. Mein Auge juckt. Solange nur die Augen jucken, ist alles okay. Beim Alex juckt die Haare. Wir ziehen die uns davon, ey. Beim Alex juckt der Zumpf. Beim Alex. Der Zumpf. Der Zumpf. Wow. Hey. Du, sie hat Überschuss. Ja, ich wollt überholen, da bist du bei der Linke gezogen. Hey. Wer ist denn das Liederne hier? Ja, wer ist das? Anne ist das. Anne ist das. Ja, Anne und ganz vorne ist glaub ich irgendein, den hab ich nicht gesehen. Den Pain. Ah. Eingeparkt. Ja, schon wieder. Anne bremsen. Anne lp. Anne kaputt sind die pink. Das finde ich gut, dass Pain vorne ist. Ich hab noch eine Rechnung mit dem auch. Juli mach da keinen Stress. Du reißt dir alle Mülleimer und zu weg. Du hast mich gedreht Pain. Genau wie Maxi. Ja, du bist in mich reingefahren. Oh shit. Das war ein bisschen zu behältig. Ich hab kaputt gerät in 10. Ich mag den doofen Map nicht. Ich weiß aber nicht. Mein Auto gibt auch den ordentlich Gas gerade. Die Leute fallen mir einfach davon. Ja, es sind immer ne doofe Kurven. Das ist das einzig was die mit tun. Hallo. Oh shit. Aber zumindest nicht wirklich im Kreis gehen. Das geht immer nur noch recht. Ich dachte nicht, so ist das. Tschuldige. Das tut mir. Oh nein, das hat's mindestens noch Pain, ne? Nein, nein. Nein, Nils. Hab dich, hab dich. So kurz vom Ende noch. Du bist so falsch aufgebogen, glaub ich. Ja, genau. Ja, ich mag nicht recht zu geil. Was? Hey, war das mit? Was? Nix. Hey, ich mach das mit. Danke. Peter, ey. Mach's nochmal Spaß. Hey, Maru. Hey, Maru. Oh. Ich hab den 9. Ich hab den 9. Ich hab den Maru noch. Ne, Maru, ich weiß keine Ahnung. Irgendwie ist mein Auto immer komplett ausgebrochen. Ich konnte nicht um die Kurven fahren. Ja, ja. Die Ausrede, der wird mir auch benutzt. Das Auto ist komplett ausgebrochen. Wer ist der Erster? Das hat wohl zu viel gesorgt. Ich bin heute lieber Nazi. Das ist der Nazi-Fane, ey. Ich bin heute liefert worden, ey. Das sieht aus wie so ein chinesischer. Ich bin heute die Vertretung für den Sachsen. Der hat normalerweise einen Stahlhelm auf, den hättest du jetzt holen sollen. Ne, ich bin nämlich der Krieger. Oh no. Ist das die Strecke? Ja, das ist die Strecke, wo wir in der Kurve, die wir jetzt auf dem Bild sehen. Hält sie noch gar nicht. Die ersten zwei kommen gut durch. Der Rest steckt fest. Oh nein. Ja, das ist voll gar nichts Schlechteser gewesen. Ah, hab ich gute Sachen. Der war alle gestellten. Was soll das denn? Das ist verkehrt niedrig. Voll, maximal. Das ist verkehrt hoch. Aber Alex lädt wieder eine Stunde. Bei mir ist noch Fortsetzend für alle. Dann drück doch mal Fortsetz. Du bist so der Pfeife, ey. Da ist ein Button. Ries all the buttons. Was nehmen wir? Der Tempesta. Welchen? Was hast du aus dem Flocke? Der Tempesta. Dann nehmen wir den Turismo. Wie heißt der mit Davor? Turismo R. Turismo R. Arrr. Das ist der erste. Grüßen sie. Grüßt sie doch. Arrr. Das ist der Turismo. Was hat kaputt? Kaputt. Was? Kaputt. Der ist im Mond. Oh mein Gott. Hast du da den Jogi Löw oder was? Richtig. Richtig. Ich habe jetzt alle weg. Hast du dein Schirmchen mitgenommen? Wir sitzen im Auto. Hast du immer dein Schirm im Auto auf? Wenn du das Cabrio zurückklappst. Richtig. Da willst du nicht ohne Schirm dann da stehen. Hey. Wer ist der Nils-Auto? Wer ist der Nils-Auto? Wer ist der Nils-Auto? Spreende gerne. Schon bin ich letzter. Ne. Julie war das. Kado, Flocke sind sich reingeknissen. Ja, aber davor hat mich schon ein Schwarz-Auto gedreht. Julie ist schwarz. Wer ist der Nils-Auto? Wer ist der Nils-Auto? Wer war das? Julie war das? Äh, Flocke war das, glaube ich. Wer war das? Nein, ich war das nicht. Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer ist der Nils-Auto? Ist das Auto echt scheiße? Maru, wer war das? Ich? Du Arschloch. Du Arschloch. Was? Da war meine Freundin. Da bin ich wieder. Da kann wenigstens nix... 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 Da kann wenigstens nix geflaggt werden, weil... Dialekt versteht... Ah! Ich dreh Julie! Ich wollte dich wieder richtig drehen. Ja, aber... Hier steht... Na, das Hindernis wurde verlängert. Wo kamst du denn her, ne? Oder Alex. Hier muss man driften. Nein! Oh, da ist Alex echt gut durchgekommen, ey. Ja, aber jetzt steht hier so ein scheiß Auto im Weg. Ja, das ist alle vorbei. Du hast aber ein scharfes Gestell da. Was ist denn das? Ja, den kriegen wir jetzt den Burbo da vorne. Ja, den kriegst du noch locker. Ja, den kriegst du noch locker. Du weißt, ich kann mich doch nicht halten mit dir, Alex. Auf jeden Fall nicht. Alle wirklich können... Sie können mich nicht lange beherrschen, ja. Ach, Maru, mach doch mal Platz, ey! Nix da! Oh, Floki! Was denn? 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 Ich darf sagen, Max, die Straße ist nass. Naja, guck dir, was ist das? Die Straße ist nass, ey. Oh, das hab ich gut gemacht. Dann verlierst du die Kontrolle, ne? Ja, ich hab die Straße. Also, Maru ist heute nass als du, Julie. Ich dachte, nass als du, Julie. Die Autos schrammen hier schon wieder die Mauern. Müssen wir rein! Nicht! Alter! Nicht! Alex! Bist du dich gar nicht? Mach mal dein Licht an. Ist kaputt, hat nix kaputt gemacht. Die machen wir es nicht einmal an. Links oder so, ne? Y gedrückt halten. Ich glaub ja unten drücken oder so, ne? Ja, irgendwie so. War das unten nach oben oder irgendwie sowas. Nee, nee. Ach, scheiße, das ist ein Auto, siehst du's? Ja, ich seh ein Auto. Ja, ich wurde aus der Kurve getan. Ah, ich bin ein Flugzeug! Alex, du Gnome! Ich bin da! Alex, du Gnome! Ich bin da! Ich bin da, Alex! Ich hab den Checkpoint nicht bekommen. Hast du ihn? Ja! Obwohl mir das so vorbeigefahren ist. Und Nils rammt auch alles. Der rammt immer! Der ist nicht so gut, ey. Der fragt dich da mal, wo er darf. Ja, du hast ihn wieder mit dem Auto gemacht. Ich weiß nicht, ist voll weggeflogen. Hör mal! Hör mal! Das mit dem Regen ist awesome, ey. Das sieht einfach aus. Doch, das macht das richtig schwer, ey. Nein! Wenn man sich vor Augen hält, wie lange ist das? Jetzt legt er mir hier eine Laterne hin, der Bogen. Das ist hier mit meiner Laterne. Oh ja! 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 Max, ich bin dir aber nicht immer zur Verfügung, wenn du Erex abliegen möchtest. Nein, das Problem ist, du blockierst mich nicht immer in der Kurve. Walter ist doch auf. Oh nein! Diese blöden NPCs, ey. Was ist das schon mal für eine Kenzerstrecke? Warum biege ich dir aus? Ich geh in den hin. Warum ist der nach links gezogen? Was war das aus? Ich bin gleich. Was war so vor, Bobo? Ich wollte wissen, was du brauchst. Was ist mit ihm denn? Ach ja, stimmt. Das ist ja das hier in der ersten Nacht. Oh, das ist mal knapp, Alter. Oh nein! Oh nein! Gut, dass du den angehalten hast. Oh nein! Oh nein! Gut, dass du den angehalten hast. Oh, wie kommt der denn her? Oh, da war ich grapig genug leider. Oh, wie kommt der denn her? Oh, da war ich grapig genug leider. Das ist das geilste Duell, was ich jeden GTA gefahren habe bis jetzt. Ah, ich habe es nie gedacht. Ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Das ist wie ein Fast and the Furious Film. Du, besser früher spielen. Nein, du hast den Checkpoint, oder? Ja. Das heißt, du kommst jetzt von rechts? Oh, das gibt es doch nicht. Scheiße. Das war das Auto, das andere. Ich bin abgepreist. Mein Auto sieht doch gut aus. Alle haben die gleiche Farbe. Scheiße. Nutz, Mabu zum Abschuss frei. Quatsch. Dätelbefehl. Wo willst du lang? Oh, shit. Okay. Oh nein. Das ist noch nicht, Alex. Da bist du einfach geradeaus gefahren, ne? Noch ist nicht vorbei. Ey, diese NPCs. Nein! Oh, fieser Unfall. Wie da wurde einer gestorben. Oh, da du kommst von hinterher. Ne, ne. Jetzt hast du es. Du hast es. Aber ist gut. Das war ein geiles. Das waren zwei Runden, oder? Fast. Ja, das war mega geil. Aber noch ist alles offen hier. Ne, ne. Das letzte Gerade. Da oben ist das Ziel. Ja. Ich muss auch mein schönes Kostüm zeigen, was ich extra angezogen habe heute. Was macht ihr denn da jetzt? Den Zweiten? Was macht ihr denn da? Den Zweiten lass ich mich nicht sehen. Nein! So. Nils? Das ist meine Shorts. Jaja, guck mal wie da dem vorbeikommt. Scheiß! Nein. Das war awesome. Oh. Ja. Du wirst einfach geradeaus in die Gegend da rein gefahren. Das war glaube ich gar nicht das Problem. Ich bin geflippt, als wir auf die Autobahn. Ja, da war diese Leitplanke, wo du so hochfahren kannst. Ja. Ach, da wo jetzt der Juli dann ist. Hast du es gesehen? Fucking NPC. Ja, das wäre ja richtig Scheiß, ey. Richtig Scheiß, NPC. Boah, echt die Video kaputze. Das wäre ja richtig kacke. Ganz im Hinland Highlight, ey. Das ist voll krass mit Regen, finde ich immer. Ja. Hat der NPC Anna noch den Sieg, den 6 Platz gegeben? Nein! Nein, 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 nein. Fuck it. Alter. Guck mal, Judy passt sich die Gefahrensregeln an, wenn es regnet. Sie fährt vorsichtig vorausschauend. Aber sie schafft es ein Ziel. Ja. Ja, schafft es? Irgendeiner hat einen Leitblock. Das war wirklich keine Absicht. Ja. Doch? Ne, wirklich. Wirklich. Du fährst extra so schön in den Reihen, dass du mir den direkt vor die Linse schmeißt. Ich weiß nicht. Im dritten Gang. Nils, du warst unverdient da vorne. Ja, das erste Abkreide war auf jeden Fall nicht absichtlich. Ich würde rechts neben dir fahren, dann wurde ich abgekreidet mit dem rechten. Und nicht rein. Bei Regen ist eh alles möglich. Das ist... Jetzt kommt auch so ein Bobo-Kostüm hier. COD. Welcher Tom, Mann? Ich seh da nur so einen Kopf. Den Körper seh ich nicht. Gab's den gut im Sommer? Der ist getan. Der erste Pass. Die Session ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es gleich. Schreibt mir einfach mal. Bis dann macht es geschafft. Tschüss. 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 Sch ходzt. grupos sollen dickavored sein quantitiviert werden. Los geht in 12hosen. Stichwort was die blas Papiertel. Wir müssen alle Seiten der VERDANTY gegessen.